Und schon wieder der Jeremy Jeremy Pascal, geh aus dem Wagen raus Jeremy Lü Pascal, gebt Mittagessen Habt ihr Chips aufgemacht Maggi ist warm Wow, die Russen kommen Was? Wer fährt denn gerade? Wer fährt denn gerade? So, Kinas, ab geht's zur Hanfplantage Ich gehe eine richtig gute Ladung farmen Grün ist der Stoff, grün ist der Wagen Will einer von euch auch mal? Der Stoff ist echt gut Niki, Alter, der Stoff ist richtig geil Warte, halt den Maul Was willst du denn? Wir wollen doch nur kiffen Wir wollen kiffen, wir wollen kiffen, wir wollen kiffen Gott, ich baller die Lunge Alter, jetzt steh ein Dreckspark ruhig Wo sitzt du eigentlich, Niki? Äh, irgendwo Heben sie sich vorne? Er ist jetzt vorne Oh, du Sack, Alter Hey, Fahrer, willst du auch ne Ladung? Das ist richtig geiler Stoff, du Musst du probieren Ich sag mal so, du erinnerst dich einmal da dran Ey, Rollo Oder keinmal Geh den Fernseher aus Mach Kieke aus, sonst nix schlafen Rollo, schreib mal jetzt Ughhh Er 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 dir Das ist nicht was Hier ist das Wenn du den vídeo hast Ich hab das ein bisschen Das ist auch praktisch Hier ist das ein bisschen Das ist nicht allgemein Sag mal, welches Level ist dein Pokémon? Ich kenne das Spiel, der Sound. Ich weiß nur nicht, woher. Mario, oder? Mario, ja. Ja, Mario ist das. Alter, wie langsam fährt der denn? Geil, das ist von... Ey, von hier. Ähm, wie heißt denn der Film nochmal? Schau mal, wer die weiße Heimusik an. Dann nähern wir uns dem Auto davor uns. Da, 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 da. Ah, nee, das war Batman. Batman! Oh mein Gott! Ich sehe Zelte! Oh, look at this, man! Da fliegt eine Heli! Wie heißt nochmal dieses von Hogwarts... Der von Harry Potter, dieses Match, wo die sich alle da treffen... Quidditch, 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 Duell! Wie diese WM da von denen? Äh, Trimagische Turnier. Ab zum Trimagischen Turnier! Hip, hip, wo los! Alter, ist das ein Kurs, Alter! Ist der eng! Alter, da reicht der Sprit doch gar nicht mehr aus. Doch, doch. Das Ding hat nur, äh, einen Liter. Und zieht einen Liter auf den Meter. Der hat 20 Liter Hubraum, ey. Bestärkt. Eeeh. Jawoll. Habt ihr Essen? Habt ihr Trinken? Karl-Heinz? Nein. Essen, ja, Trinken, nein. Mauam! So, wer kein Trinken hat, bitte, so schön, wie ihr in der Reihe seid, einmal links umdrehen. Wie lang denn so? Ja, links rum. Ja, kein Trinken, kein Essen dabei. Mensch, Mensch, Mensch. So, und jetzt, so wie ihr in der Reihe steht, geht ihr geradezu auf den Zermarktransporter. Und jeder bekommt dann erstmal was zu essen und was zu trinken. Verholen. Licht laufen, ganz in Ruhe. Die erstmal vorgedrängelte. Ja. Wie geht das denn nochmal? Mit Z? Oder mit I? Nein, du musst einfach das Ding suchen. Äh, T. T. Ah ja. Aber du musst warten, bis der andere fällig ist. Aber das ist abgeschlossen. Das Ding ist zu. Ich bin ein Berichterstatter, ich will nur gerade ein paar Fotos machen. Entschuldigung. Sieht echt geil aus, auf jeden Fall. Erstes Rennen geht los. Also, erst wenn Herr Müller schießt, darf ein Frühstart ist nicht erlaubt. So, den nutzt du dich hin. Ein, drei, zwei, eins. So schaffst du es, so schaffst du es, jawoll. Bin mal gespannt, wo der hinfährt. Links war die richtige Strecke, gell? Ha, der fickt mich. Ich seh ihn nicht mehr. Er fährt weiter. Los, du Zigeuner. Oh mein Gott, ey, das wird schon nix. Jetzt muss ich aber zugucken, ey. Warte. Das ist eine gute Frage. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Ich muss mich anfeuern, Niki. Er beginnt in drei, zwei, eins. Go. Alter, was war das denn für ein Scheißstart? Der hat gar nix angesagt. Oh mein Gott, Alter. Wie ewig ich kein Kart mehr gefahren bin. Und das geht ja mal so, derbst gar nicht ab. Ja, spielst du zum Film. Ja, super. Witzig aus. Nein. 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 Shit. Das kostet mich eine gute Zeit. Ja, war ich nicht konzentriert genug. Und nicht fokussiert genug. Aber bei den Reifen bleibt man immer instant hängen, ey. Ist die lang, die Strecke. Die müssen doch gleich mal das Kart wechseln. Weil der Tank schon bald leer ist. Ah ne, der Tank, okay. Richtig nicht mehr. Ja, ich... Ich bin längst ein Stück. Komm jetzt wieder Richtung Ziel. Oh, wo ist denn die Tribüne? Oh, fuck. Alter, ich baue hier einen Unfall nach dem anderen, ey. Es gibt's ja nicht. Oh, Junge, Junge, Junge. Ja, Bestzeit wird das hier nicht, ey. Ich bin einfach ewig nicht mehr gefahren, ey. Ich hab gar keinen Plan, wie die Zeit ist. Ich glaub nicht gut. Alter, wie lahm du fährst. Nee, Alter, schießt er wie auf mich? Keine Ahnung. Joa, wahrscheinlich, Alter. Alter. Ich war auf der Strecke, das zählt nicht. Ey, das kann nicht sein. Hier wurde geschossen und hier ist ein Officer auf der Strecke. Mann, ey, was stehen sie denn einfach auf der Strecke rum? Das geht doch so nicht. Wie war denn meine Zeit? Entschuldigung, wie war denn meine Zeit? Ich hätt' gern meine Zeit. Dankeschön. Alle salutieren, der Niki kommt. Time to say goodbye. Niki, wenn du das Ding nicht gewinnst, Alter, schlag dich. Aber keinen Druck aufbauen oder so. Du hast natürlich den Ferrari gekriegt. Rund 1 beginnt in 3, 2, 1, go. Sehr gut, Niki. Go, 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 go. Alter, ist das lahm. Ja, 53 fährt das. Ja, trotzdem schwer genug, weil es ist saueng, ey. Ja. Dann die Kurven hier drin. Ich seh dich noch, ich seh dich noch. Den Rauch zumindest. Das ist mega lang, die Strecke, einfach. Ich kann das nicht mehr aus. Darf ich mir jetzt Klamotten kaufen? Tut mir leid, aber im Moment fahren die auf der Strecke, wenn sie da in der Strecke laufen. Wie ist er? Nein, ich will das fahren. Okay, dann guck mal die Kurve nach oben. Wer ist erster? Ja, ist saulang. Einen Moment. Der Osterhasen-LP ist, glaub ich, erster. Aber ich glaub, du machst auch eine ganz gute Zeit. Bestimmt 2, 20 oder sowas. Äh, erst was momentan ist Hohnfisch-Toni. Äh, Toni mit einer Zeit von 2. Okay, hab ich jetzt nicht verstanden. 2 irgendwas ist die Bestzeit. Irgendwas mit 2, 15. Was? Wie hat er das denn geschafft? Sag mal, so lange kann der Heni aber nicht brauchen. Und ich weiß nicht warum. Aber der kann auch nicht so lange brauchen. Vorwiegend. Was ist er los? Da hinten kommst du, ich seh' dich doch. Er hat einen Unfall gebaut bisher. Ich denke nicht, dass ich noch einen bauen werde. Okay, das ist gut. Ach Gott. Was hat denn dazu Probleme? Sagen Sie mir das mal. Oh, hier ist mal noch eine Kurve. Ja, du hinschülmer einfach daneben. Ja, das Problem ist in der Schank. Komm schon. Pushen, 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 pushen. Ja, das dauert ein bisschen länger. Nimm Messer in die Hand und lauf. Ja, ist schon. Arambitch. Get rekt. Sauber. Wow, neue Bestzeit bestimmt. Der Erik wurde schon wieder getötet. Oh, nice. Ach, zweiter. Krass, sehr gut. Millisekunden am ersten Platz vorbei willst. Jawoll, sechster Platz. Sehr gute Startposition. Boah, Mann, ist das laut. Jeremy, weiter. Ich verstehe da immer weiter. Ich verstehe da immer weiter. So, kurz vor dem Rennen. Wow. Hast du mich verstanden? Du bist disqualifiziert. Wenn du möchtest, kannst du gerne aus der Tribüne oder aus dem Turm aus das Ganze anschauen. Sieht aber auf jeden Fall ganz gut aus. Ja, aus dem Perspektive ist vielleicht ganz gut. Motoren aus. Ist ja gut. Ist hier alles perfekt abgemessen. Wenn du dir irgendein Motor anmachst und ich denkst, du bist es nach vorne fahren zu können. Und fährt Motor aus. Bisschen ärgern muss ja sein. Ja, woher kommt das Blaulicht? Es backt hier wieder rum wie sonst was. Sehr gut. So, äh. Ja gut, ähm. Alle mal auf den Mark hören. Der sagt gleich Motoren an und alle schalten die Motoren an. Und dann geht's auch gleich los. Mit Startschuss auf der 50er. So, alle fertig machen. Motoren an. Auf geht's. Ich bin gespannt. Motoren. Motoren anmachen einmal. Motoren starten bitte. Start your engine. So, ich stehe gleich runter bis 0. Und auf einen Startschuss geht's los. 50er. 1.999. 1.3. 2.1. Jo, wahrscheinlich, Mama. Jo, Mama, wahrscheinlich, Alter. Oh mein Gott. Man sieht ja gar nix. Also durch den Vordermann wird man gut eingenebelt. Was ein Start, ey. Ich hab schon alles irgendwie auf Rot, Orange oder was auch immer. Ich bin sowieso irgendwie vorletzter oder sowas. Bin beim Start nicht gut weggekommen. Aber jetzt kann ich wenigstens in der Ego fahren. Das ist ja schon mal ein kleiner Vorteil. Ja, einen überholt. Einen haben wir. Das ist ja schon mal sehr gut. Zwei Runden geht das Rennen. Wow, ein bisschen Lecks gehabt. Wir fahren natürlich hier direkt Ideallinie. Wird wir ja ja auch nichts verschwenden. 53 ist die Maximalgeschwindigkeit. Wow. Da kam ich gut ins Schlittern. Die Denkung ist sehr direkt. Ah, okay. Da kam das her. Ich wag mich gar nicht umzudrehen. Deswegen einfach nach vorne ist mein Weg und gut ist. Ich hab das Gefühl, ich nehme die Kurven enger als die anderen. Zumindest an der Fahrspur. Erkenne ich das? Joa, wahrscheinlich. Dieser Spast, Alter. Behindert hier alle, ey. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, auf welchem Platz ich jetzt mittlerweile bin. Einer kam auf jeden Fall an mir vorbei. Aber hinter dem war ich ja vorher auch schon gewesen. Jetzt jetzt die letzte Runde auch. Ich hab keine Ahnung, wie viel da ich bin. Das war eben grad komisch, ey. Der hat mich abgetränkt. Das ist unfassbar gewesen. Mein Tank ist auch gleich schon leer. Und meine Wheels sind angeschlagen. Sag mal, der hat doch an, oder nicht, ey? Ich bin einfach unfassbar schnell an ihn rangekommen plötzlich, weil der an die Bande gekommen ist. Und hab ich den natürlich eingeholt. Aber der Pisser hat mich abgetränkt. Ja, da bin ich wieder an seinem Arsch, ey. Hab ich gut aufgeholt. Ey, ich will hier wenigstens noch einen zweiten überholen. Das kann's ja nicht sein. So schlecht fahr ich ja nicht. Okay, okay. Alles safe. Alles gut geholt. Okay. Hoffentlich kostet mich das nichts mehr. Aber vorbei ist keiner gekommen. So, wer war denn jetzt alles hier vorne? Ich hatte jetzt gar keinen Plan gehabt. Was war passiert? So, einmal lächeln bitte. Siegerpose, Hand nach oben.